...zu fehlen. Oh gut. Jetzt ist mein Internet schon wieder abgeschossen! Ich laufe jetzt einfach so. Ich hab nur diesen Versuch. Auf geht's, Felder befreien! Okay, ich hab Weitschwert und Langschwert. Für nur das normale Schwert. Das ist geil, wieviel man mehr abzieht. Naja, wusser, soll mich jetzt mal nicht kümmern. Hahaha, fick dich, Arschloch! Letzte Runde! Oh, was ist das? Oh, ich hasse die Fledermaus! Haha! Glück gehabt! Ist doch noch nicht gut genug, um mich zu beschädigen! Und so weiter und so fort. Ich hoffe, Ryo ruf mich von selber an! Nein, keiner gar, ich mein Internet scheiß schon wieder ab! Auf geht's! Ich hab keinen Bock auf so eine beschränkte Bewegungsfreiheit! Seid ein Klau! Boah! Dieses Schwein! So, da hast du deine Punkte abget... Boah! Okay, ich hab einen guten Plan! Der müsste noch funktionieren! Der müsste auch gut! Komm! Nein, die Zeit ist um! Das Arschloch! Mit Magnetmann krieg ich nie mit Nimmer fast 400 AP runter! Das geht nicht! Unmöglich! Oh, ja, 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 ja! Na gut, ich rufe ich erstmal Ryo wieder an! Oh, da geht's! Ich darf ja wohl erwähnen, dass ich Shade-Man hasse! Arsch! Das war jetzt voll daneben! Okay, was soll? Ich bin ausgewichen! Was soll der Schrott? Nimm das, du Arsch! Hi! Hi! Wollte dich nicht beleidigen! Nimm das, du Arsch! Nimm das, du Arsch! Okay, können wir weiter machen? Ich mache bereits weiter! Ich fehle die ganze Zeit gegen den Idioten! Wir sind beide unsichtbar und die Runde ist vorbei! Verfluchtes Internet! Naja! Er hat 10 HP weniger als vorhin, als wir angefangen hatten! Was ist das?! Wurde man nicht nur 40 HP?! Was soll denn der Mist?! Was könnte ich meinen scheiß Internet aber auffragen? Regenerieren wir uns mal! Wenn 10 HP mehr oder weniger haben, macht den Brachten jetzt auch nicht fett! Ah! Ah! Aber ich finde es unfair, dass er so viel HP, äh, TP regenerieren kann! Hm! Alle Regenerieren sich fein! Der da macht überhaupt gar nichts! Ach, ja! Mein Internet, das ist ja so schön scheiße! Es macht so einen Spaß. Nein, macht es nicht. Ach, Megaman hat seine ganzen AP schon regeneriert. Jetzt... Geht man... Oh gut, die 20 AP von Protoman sind jetzt auch scheißegal. So, Megaman mit. Aber Protoman. Ja, ich nehme Protoman gleich mit rein. Er wird mir durchaus eine Hilfe sein. So, erstmal einen Blaster und hoffen wir als AP. Arschloch. Oh, das kommt jetzt... Verdammt gelegen. Oh, Rio ruft an. Er ruft an. Er war... Hi. Hi. Willkommen zurück in der Aufnahme. Ja, ich bin immer noch in der Aufnahme. Ich auch. Scheiße. Ja, ich bin immer noch ein Schlag auf 300 runter. Also, das wird bei mir so schon auf 148. In Winsubro. Ja, ja, unsichtbar. Was hat getroffen? Was hat getroffen? Äh, selbst wenn ich unsichtbar ist, die sich... Scheiße, wie? Diese Schallwellen treffen es sogar, wenn ich unsichtbar bin. Scheiße. So knapp 124 hat. Das ist gut. Das kriege ich mit Lightning. Boah, Shade, man. Ich hasse ihn wie die Pässe, diesen scheiß Vampir. Wie steht's bei dir so? Er hat 277 HP. Megaman und Protoman sind bereits aufgebraucht. Also, die kann ich jetzt nicht mehr benutzen, weil ich die hier schon genommen habe. Oh. Ja. Ja. Er hat nur noch 40. 20. Weißt du, was fies ist? Ich war vorhin mal mit Magnetman. Ja. Ich war da eigentlich schon von seinem Angusfeld runter. Nein, er trifft mich trotzdem. Gott. 3,70. Was? Er saugt sich voll. Ja, er saugt sich voll. Er beißt sich und greift dann an. Oh mein Gott, das kenne ich nicht. Seid noch nie gekannt bei ihm. Well. 80. To! To! Nightman is dealt it. One down, two to go. Boah, meine Jungs sind die Pizze langsam beim Angreifen. So. Shade Man hat 84 Leben nur noch. Der recovert sich gleich wieder hoch. 44, bitteschön. Und greift doch gleich wieder jemanden an. Wie recovert der? Der recovert sich fast voll. Der recovert 420 Punkte. Das wäre sehr urfies. Ich weiß. Das geht wieder aus als seine Angriffsreichweite. Übrigens ist es wirklich so, wenn ich, äh, wenn ich keine dunklen Felder um mich herum habe, dann kann er mich da nicht angreifen. Bei dir, bei mir ist es so, er kracht immer den Nächsten an. Hast du probiert mit den dunklen Feldern? Ja, ja. So, war er vorher gepaart. Ah. Ah, wir sind am Arsch, eigentlich. Wieso? Zumindest bin ich das die ganze Zeit. Also, ich, ich bin, ja, ich, Megaman hat 210. So, counter it. Und ich kann ihn nicht angreifen ordentlich. Fuck, ich hätte gerne jetzt das zweite Breitjet jetzt noch gehabt. Okay. Diese Runde kann ich wahrscheinlich nicht so viel Schaden zuteilen wie bei den letzten Runden. Ja, ich bin inzwischen schon wieder Spieler Phase 39. 39? Ja. Holy shit. Ich bin, ich bin sehr, ich bin sehr schnell bei der Scheiße. Megaman hat 90 Leben, Colonel hat 100. So, jetzt warte ich ja nicht nur drauf, dass er so eine blöde Schallattacke macht. Na komm, mach's denn nochmal, mach's denn nochmal, mach's denn nochmal. Komm her. Natürlich macht er sie nicht nochmal, weil er genau weiß, was passiert. Fuck, daneben. Ja. So, jetzt wird's lustig. 60 Leben mit Körner und er kann fliegen. Das ist so unfair. Fliegende Objekte können über Löcher stehen. Das hast du schon erwähnt. Ich lauere nicht. Komm her. Komm. Komm her. Komm her. Au, 20 Leben hat er nur noch. Diese Fledermaus. Es nervt so, dass Megaman sich ablenken lässt von so einem Schrott. Er hat 30. 30. 30, so. Ich hab ihm gerade mal 70 HP abgezogen. Nein. Körner auf. Er hat 52, eben noch Körner. Und Leitmann sind da. Nächste Runde. Ich glaube. Ich fisch. Zitat, ich weiß, ich werde 60. Leitmann ist wieder da, hoffentlich nicht, weil... Leitmann ist wieder da. Also, es geht mir langsam richtig auf den Piss. Ja, und 20. Ja, und 20. Shade Mine ist wirklich stark. Und meine, also das Deck, was ich habe, zurzeit, ist einfach nur schlecht. Ich hoffe, jetzt in der nächsten... Also, wenn wir die Rettungsmission geschafft haben, ist hoffentlich der Shop. Ich brauche diesen verdammten Chip-Shop. Dass man Chips auch enttauschen kann. Schatz, ist auch ein Chip verbrauchen. Bist du da noch, Sonic? Ja, ich bin noch da. Es ist bei mir jetzt zurzeit Panik, weil wegen Sonic... ...weil das Internet. Es tut mir leid. Es ist wirklich... Kackbeschissener Schrott. Es geht auch so schlecht wie 1, 2, 3. So. Program-Advance. Komm ruhig her, du Arschloch. So. Ach so. Ich bin der Programmspray gleich mal auf 90 HP runtergehauen. Oh Gott. Jetzt muss ich ihn noch einmal mit einem meiner Magneten erwischen, dann ist er so tot. Oh Gott, komm schon, jetzt gibt es noch, oder? Super. In your face, you stupid bitch! So, als muss ich ihn noch planen abmachen. Das kann doch nicht sein. Ja, Feldbefragung. Du willst also einen Beruhigungsabmachen, solange ich jetzt noch nicht fertig bin, bitte. Ich hab das Ziel gleich mal um 30 Phasen überzogen. Ja. Das ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Ich hab 2007 nicht dafür und dazu erhalten. Oh, ey. Das fühlt sich klasse an. Oh Gott, das tut ich. Diesmal konnten wir erst nicht zu einem Nebelaufreihen, aber es kämpfen noch mehr starke Nevys auf ihrer Seite. Wird sie dich uns nicht anschließen, Magneten an? Deine Defensivkampfe würden uns sehr helfen. Du träumst wohl. Ich will niemals an deiner Seite kämpfen. Und auch diesmal nur, weil Tesla es mir befohlen hat. Ich finde, es klingt großartig Mega-Man. Äh, Magnet-Man. Die Nebola haben uns viel Ärger gemacht. Eigentlich sind sie schuld, dass ich so gestresst bin. Wenn wir sie dran kriegen, seistest du mitmachen. Magnet-Man, bitte. Bitte. Ja, man. Das ist... Dann ist er wohl abgemacht. Schluck. Na schön. Alle freuen sich außer Magnet-Man. Das war... Panik. Einfach nur Panik. Mega-Man ist auf vier Leben. Oh, fuck. Nun, wahrscheinlich legst du nicht viel Wert darauf, aber trotzdem. Willkommen im Team. Ich hasse euch alle. Schön, dich am Boot zu haben, Magnet-Man. Ich bin von deiner Defensivkraft schwer beeindruckt. Mega-Minds und Magnet-Minds Herzen haben sich vereint. Großartig. Oh Gott. Hey, ich werde mich wieder bei dir melden. So, Magnet-Man zischt ab. Äh, Proto-Man. Mann! Ich verwechsel euch ja alles vor Wut. Loggen wir uns auch aus, Lern. Unsere Freunde warten sich ja schon. Du auch, Magnet-Man. Kauter! Mein Glück. Magnet-Man ist ja so toll. Der freut sich total. Ja. Total. Oh, und jetzt ist Szene am Schiff, also warte ich da mal auf dich. Warte. Du wartest sogar bei Shade-Man noch, aber so nett bist du, wie auch nicht. Tut mir leid, ich war doch... Ich wollte gucken, ob ich dieselben Spezialfähigkeiten hier kriege, wie du auf deinem GbR wenn neue Freunde kriegst. Es wird auch 600, den leck mich doch am Arsch. Schreib mir nicht. Danke. Er hat Neidmeyer angegriffen. Danke. Vega. Lauf. Du hast hier leben. Lauf. Oh, Schulz. Das ist ein, das war komplett voll. Bevor ich ihn noch einmal angreifen, das wird einige Runde dauern. Der ist es halb so wild.